Rollstuhlfahren sieht oft leichter aus, als es ist. Das konnten auch die Schüler der 10a und b der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe feststellen. Sven Schipper vom VdK-Ortsverband Grünwinkel hat die Jugendlichen besucht und mit ihnen über Behinderung und Barrieren gesprochen. Ich selber war an dieser Schule und habe mich erinnert, dass ich ein Sozialpraktikum gemacht habe. Und die Schüler hatten jetzt vor zwei Wochen, vor einer Woche, gerade selber das Sozialpraktikum. Und da dachte ich mir, wäre es doch einfach wunderbar, wenn man genau in diesem Zuge eines Sozialpraktikums, weil die Schüler dann einfach noch betroffen sind, wenn man da einfach hingeht und sagt, ja, wir sind auch da, wir helfen und ihr müsst nur kommen. Sven Schipper ist nicht nur im Ortsverband tätig. Im Kreisverband Karlsruhe kümmert er sich auch um die Jugendarbeit des VdK, die ihm besonders am Herzen liegt. Seit elf Jahren habe ich MS, seit drei Jahren bin ich berufsunfähig und erwerbsunfähig und engagiere mich, weil ich Zeit habe, engagiere ich mich sehr stark im VdK. Weil ich gern den jungen Schülern der jungen Generation einfach das Ehrenamt vermitteln will und einfach den sozialen Gedanken etwas näher bringen will. Bei der Aktion in der Schule geht es darum, die Schüler für das Thema Behinderung zu sensibilisieren. Dabei lernen sie auch den VdK als Interessenvertretung von Menschen mit Handicap kennen. Die Schulleitung war von der Idee sofort begeistert. Wir haben in den zehnten Klassen bei uns immer ein Sozialpraktikum. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und bei diesem Sozialpraktikum gehen die Schülerinnen und Schüler zwei Wochen in soziale Einrichtungen, arbeiten dort in Kindergärten, in Behinderteneinrichtungen und erleben dort unter Umständen zum ersten Mal Menschen, die anders sind als sie selbst. Und jetzt in dieser Veranstaltung eben heute soll das Ganze nochmal aufgegriffen werden. Und ich fand das eine ganz tolle Idee, dass man da Erfahrung machen kann, vor allem praktische Erfahrungen. Und da erhoffe ich mir schon, dass also dieses Sozialpraktikum durch die Veranstaltung heute wirklich nachhaltig auch unterstützt wird. Auch dem Schulleiter ist es ein besonderes Anliegen, dass die Schüler einen normalen Umgang mit Menschen mit Behinderung erlernen. Also wir haben zwei inklusiv beschulte Gruppen an unserer Schule seit dem letzten Schuljahr, dieses Schuljahr. Da sind Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen, die ganz normal in die Klasse gehen und in den Unterricht gehen. Und das ist schon auch spannend gewesen für uns ein Prozess, weil wir zum Beispiel nicht behindertengerecht sind bisher. Also was Rollstuhl, Rollstuhle beispielsweise betrifft oder körperliche Behinderung betrifft. Und seitdem das Thema ist, hat man schon so einen anderen Blick auch als Schule, auch als Lehrer und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler. Und sicherlich, die Inklusion ist ein Thema, das unsere gesamte Gesellschaft betrifft und auch ein Thema, das natürlich ein Neudenken erfordert. Und das ist ein Prozess für alle und in diesem Prozess sind wir auch. Und ich finde es aber gut, dass wir auf diesen Prozess gegangen sind und dass wir das Ganze jetzt begleiten. Und los geht's! Los geht's! Statt beim Turnen oder Fußball dürfen sich die Jugendlichen heute mal beim Rollstuhlfahren austoben. Das haben sie Holger Kranz zu verdanken. Mit seiner gemeinnützigen GmbH engagiert er sich schon seit vielen Jahren für den integrativen Sport. Wir haben 150 Schulprojekttage im Jahr in ganz Deutschland. Alles ausgerichtet in Richtung Inklusion. Daher schulen wir oft dabei, auch gleich an Regelschulen vor allen Dingen sehr häufig. Lehrer, Schwerpunkt ist bei uns nun mal der Sport. Die Jugendlichen nehmen interessanterweise, auch wenn sie an solchen Tagen sehr viel Spaß bei der Sache haben, unheimlich viel mit. Wir wissen, dass durch andere Projekte, die wir seit Jahren machen und Feedbackbögen, Auswertungen, die wir dort veranlasst haben, dass die Jugendlichen tatsächlich unheimlich viel mitnehmen über diesen Tagen dieser Aktion hinaus. Also auch anders als wir Erwachsenen das oft einschätzen. Doch Barrieren gibt es nicht nur für Rollstuhlfahrer. Im Simulationsanzug Gerd erfahren die Schüler, wie es sich anfühlt, alt oder in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Also es war sehr anstrengend. Ich habe auch kaum mitbekommen, die ganze Zeit dieses Ruhmstehen und dieses Gewicht. Ich bin halt auch voll auf dem Rücken. Wenn ich jemanden in Zukunft mit dem Rollstuhl sehe, dann würde ich auf jeden Fall anders darüber denken, weil ich weiß, was der jetzt alles durchmachen muss. Und dass es nicht so einfach ist, zu rollen oder sich aufzudrehen oder sich mit dem Rollstuhl auch vorzubewegen. In einem Nachgespräch lassen die Schüler den Tag nochmal Revue passieren. Und sie halten fest, für sie ist es selbstverständlich, auf andere zuzugehen und ihnen zu helfen. Die Aktion war für alle ein voller Erfolg. Und Sven Schipper bereitet sich jetzt auf die nächsten Schulbesuche vor. Also ich bin im Moment total euphorisch und freue mich schon wirklich auf das nächste Schulprojekt. Und ja, ich glaube, da kann man echt ein richtig großes, ein richtig cooles Projekt draus machen.